Wie sind wir hier rausgekommen? Ach nee, oder? Wir hätten einfach nur rausrennen müssen. LOL Die Kisten hier sind auch offen. Wie assi ist das denn? Ja, ist aber wahrscheinlich nicht so. Ja, egal. Okay, ähm... Hier kommen wir raus. Warte mal. Die Tür können wir nicht öffnen, oder? Nein, geht nicht. Wie sollen wir Chris dann da rausholen? Chris noch da drin? Hm, keine Ahnung. Ah, lass auf. Durch den Lüftungsschacht. Ladies first. Gut, schon bloß, Cindy. Gut, geh. Geh. Vader, du dumme Ruhe, Alter. Ich möchte dich ja... ...wisch dir bereist... Was ist mit der los? Sag mal, erst hilft sie uns, jetzt greift sie uns an. Was... Also, ich check's nicht. Das ist bestimmt eins der anderen Krühe. Vader! Oh Mann. Scheiße, was ist das hier? Bleiben Sie dran! Gas! Feier! Schneller, schneller! Lauf! War sie immer so? Da ist sie! Halten Sie sie auf! Ich hab sie! Chris. Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Chris? Liam! Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Gegen ihr hab ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Kaptain! Halt! Verdammt! Helena! Er wird sie umbringen! Chris, warte! Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris! Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Finden wir Simmons. Okay. Hab's gewusst, dass es Chris' Einheit war. Ja, Mann. Aber trotzdem, schau dich mal noch um, ob wir hier irgendwo Muni finden. Offenbar ist das Ziel da unten. Wir müssen runter. Ja, aber warte mal. Da hinten ist noch so ein Raum. Oder sind wir da rausgekommen? Nein, sind wir nicht. Ich kann dir nicht sagen. Warte, ich folg dir mal. Bisschen du hin? Ja. Da. Mein erster Hilferspray. Ja. Oh, nice. Korrekt. Da hab ich zwei von denen. Jo. Ah, warte mal. Ich hab, warte, ich hab Drops. Die krieg ich mal kurz bei mir. Stimmt. Lass ich auch mal gucken. Hm. Wie ging das nochmal? Ach so. Ah, ich hab nur eine grüne Pflanze. Du hast ne Pflanze? Wo? Wo? Nein, ich hab nur eine grüne Pflanze. Mehr hab ich nicht. Ich kann nicht kombinieren. So meinte ich das. Leon, Helena, bitte komm. Wenn Sherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Honey, in Ende. Alles klar. Dann schnappen wir uns jetzt Simmons. Bist du bereit? Wirklich damit einverstanden? Unser Ziel ist Simmons. Hier gibt's noch Muni. Ah, hier sind Kisten. Wo bist du? Hier, bei mir waren auch Kisten. Wir sind überall Kisten. Los. Jetzt geht das Einzige. Oh, warte, warte, warte. Mal halblang. Hier hat's auch noch zwei. Okay. Aufmunitionieren, dass es geht. Dass es knallt, besser gesagt. Wie jetzt? Ich kann die Muni nicht aufheben. Warum nicht? Vielleicht bist du voll. Vielleicht ist dieser Waffentyp voll. Du musst schauen. Nein. Ich hab diesen Waffentyp wahrscheinlich nicht. Kann doch nicht sein. Da steht... Ich bin voll, aber die Waffe ist leer. Komisch. Achso, vielleicht dein Inventar voll. Dann ist dein Inventar voll. Moment mal. Ich dachte, Munition kann man so viel, wie man tragen kann, mitnehmen. Ich glaub nicht. Okay. Kann man auch immer nicht mitnehmen. Ich hab alles. Moment. Nee, tatsächlich. Man kann nicht so viel Muni mitnehmen. Ich hab voll viele Granaten, Alter. Ich hab neun Granaten. Ich muss irgendwas loswerden. Ja, dann bombe ich halt den Drop rein. Was soll's? Okay, jetzt kann ich die Muni mitnehmen. Die brauch ich bestimmt. Warte, ich lad noch nach. Und dann kann's losgehen. Dann schnappen wir uns den Drecksack. Los geht's. Alter, meine, die sieht voll verschwitzt aus, die Alte. Hm. Leon sieht nicht besser aus. Moment mal. Wir sind am Anfang. Ja, nicht ganz. Doch. Auf geht's. Simmons wartet auf uns. Das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten. Und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein! Aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen es Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass Sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht. Er entkommt uns. Na los! Kommen Sie zurück! Na toll. Was zum Teufel, was ist vorhin einer? Ah, Alter. Keine Ahnung. Die sind Pfeil. Er darf nicht entkommen! Schnell! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt! Mach die Tür schneller auf. Doppel X. Ach, geht das? Ah, okay. Dann rushen wir mal. Nicht zu schnell. Jetzt nachher kommen noch Zombies. Wir kriegen Sie, Simmons! Muni! Es wird Zeit, dass Sie für Ihre Taten büßen. Hier liegt rotes Kraut. Verdammt! Ich kann es nicht mitnehmen. Oh, ich bin voll. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe nur Muni dabei. Granaten, das ist Kracht. Ne, das brauche ich alles. Scheiße auf das rote Kraut. Ready? Kannst du es mitnehmen? Ich habe es schon mitgenommen. Mist. Stimmt, meins kannst du ja nicht mitnehmen. Da hoch. Los. Komm mal. Meiß mich hoch. Los. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was Sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht Sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Seh nah, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem Sie ein anderes verursachen? Egal, wie viele dabei sterben. Jemand musste ihn stoppen. Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Wir sind als Madame. What the fuck? Ach nee. Ach nee. Vorsicht, Vorsicht. Schieß! Schieß! Boah, es verwandelt sich nochmal. Was ist jetzt los? Er ist wieder im Normalzustand. Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Verdammt sein. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Okay, jetzt heißt es rennen. Lauf, 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 lauf. Oh, shit. Hier liegt überall Muni. Sammle alles ein, was geht. Wo? Wo hin, du? Lauf, lauf. Ich glaube nicht, dass wir gegen den kämpfen müssen. Wir müssen flüchten. Oh, scheiße. Sackgasse. Hier geht es nicht weiter. Die Tür ist verschlossen. Verschlossen. Scheiße. Und jetzt? Scheiße, er ist raus. Er ist aufs Dach. Kack. Kack, kack. Wohin, wohin? Weiß ich selbst nicht. Das ist der Drecksack. Oh, scheiße. Er ist hier bei uns. Wir müssen hoch. Schnell, komm. Er ist zu schnell. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme da rauf. Oh, scheiße. Leon, da los. Hol mich, hol mich, hol mich. Ich hole dich schon. Komm schon. Oh, scheiße. Lauf, 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 lauf. Lauf. Boah, hier liegt lauter Muni. Ich glaube, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Boah. Okay, ich bin im nächsten Waggon. Leon, na los. Auch verschlossen. Scheiße. Auch die Tür ist verschlossen. Und jetzt? Er kommt. Er kommt. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Schießt. Schießt. Komm, ihr habt noch Drecksstück. Boah. Aua. Bestand aufstehen. Klopp. Was macht er? Gib ihm noch eine Salbe. Ja, ich versuch's. Boah. Andere Seite, andere Seite. Er haut ab. Hinterher. Verdammt, er ist irgendwie wieder nach oben. Wie kommen wir weiter? Hier, komm, luft mich hoch. Schon wieder? Hier lang. Ja. Hier lang. Komm. Hopp. Leon, hol auf. Es kommt wieder. Hol mich. Scheiße, wie sollen wir den besiegen? Das ist doch unnormal. Wir müssen hin und her rennen und ihn ab und zu mal abknallen. Keine Chance sonst. Kommt er jetzt endlich nach oben oder wo bleibt er? So ein Drecksack. Er kommt hoch. Na dann komm, Kätzchen. Wo ist der? Hinter die Wurzeln. Schau in die andere Richtung. Er verwandelt sich zurück. Schieß. Schieß. Schlag ihn um. Ja voll, Alter. Ich hab Brezli meine Reihen. Los. Gib ihm. Gib ihm. Ich hab's von der Pussyhashi verprügeln lassen. Oh, Mama. Zurück, 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 zurück. Bin schon dabei. Lauf, lauf, lauf. Oh, Alter. Er geht nach unten wieder. Okay. Zeit zum Nachladen. Okay. Er kommt, er kommt. Ah. Oh, Scheiße. Gib ihm. Steh auf, Leon. Steh auf. Pass auf, pass auf. Ich komm, ich komm, ich komm. Bist du im Arsch? Nein. Ich muss nachladen. Schieß. Ich schieß von hinten. Ich schieß dir schön ein zweites Arschloch. Du Drecksviech. Boah. Ich muss nachladen. Schieß, schieß, schieß. Komm schon. Verwandle dich wieder zurück. Blöder Mongo. Jetzt. Jetzt geb ich ihm. Na, komm schon. Du musst warten, bis es auf die Knie ist. Dann steht er ein. Und jetzt, komm her. Ja, warte. Jetzt schnell nichts drücken. Und da, und da, und da, und da, und da, und da. Boah, Scheiße. Ich hab's nicht geschafft. Boah, fuck, Alter. Ach nee, du musst schneller drücken. Das wusste ich doch nicht. Darauf war ich nicht gefasst. Jetzt können wir ihn besiegen, weil er, weil er nicht weiß, wen er angreifen soll. Oh. Boah, greift mich an. Heil dich, Junge. Was für'n Teufel. Das ist ein Witz. Oh, nee, 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 nee. Snoop, schieß. Schieß, Alter, schieß. Oh, verdammt, Alter. Scheiße. Lauf jetzt. Ich lauf schon, ich lauf. Leon, hier rüber. Oh. Ich werde sie beide vernichten. Leon, schnell. Oh, oh, oh. What the fuck? Alter. Der gibt nicht auf. Was ist das? Ja. Genau. Der schießt. Geh in Deckung. Wie geht man noch mal in Deckung? Pass auf, pass auf. Pass auf. Was ist das? Nice for fuck. Geh in Deckung. Uh. Grünes Kraut. Hier ist grünes Kraut. Oh, Mann. Oh, Mann. Schieß doch. Alter. Oh, Junge. Fress das, du hässliches Mistvieh. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich nehme auch mal das Schnellfeuergewehr. Oder Scharfschützengewehr. Genau. Boah. Müssen wir das in der Mitte treffen? Oder was müssen wir treffen? Bis oben. Ich glaube, es ist ein Schaffung. Ich schieße einfach mal. Pass auf, pass auf. Boah. Sein fucking Kopf, sein fucking Kopf. Alter. Wo ist der, wo ist der? Schieß auf seinen Schäden. Boah. Oh, was? Der schmeißt den Zug einfach rum. Das ist das Ende dieser Linie. Oh, 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 oh. Schieß. 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 Sie wissen ja nicht. Was passiert, Benni? Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Hinter. Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Weg hier! Meine Familie hat mich verötigt! Heils! Sing it! Oh, Mann. Echo-Team an HQ, bitte kommen. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Alter. Hey, Sie! Ordnen Sie sich ein! Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Mh, he he he. Das war so eine ambizante Spazierfahrt, das war so eine ambizante Spazierfahrt. Aha. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ordnet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen. Es ist... Jake. Harnigan. Können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon! Leon, wo bist du? Chris! Wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwinden, verdammt! Row? compile? Ja! Br trafficking. Nein! Ja! 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 Vögel! Genreich Freundschaft! ah! Der Wahnsinn beginnt von vorne.